so hallo leute herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde des besten auf meiner zweite deutsche übersetze von den g trends version 2.02 beta revision jetzt kann ich mir ein bisschen zeit lassen im reden revision 935 mit dabei ist der kirbel hallo dabei ist die mary und uns ist ein dezeltes malheur passiert der spielstand beim letzten mal speichern war kaputt und deswegen muss wir das ganze spiel mal von ganz von vorne spielen nein vom letzten speicherpunkte aus also so als wäre der letzte part als wäre nie passiert die letzten zwei so ein bisschen jetzt wir sind jetzt einfach noch mitten im labyrinth ja und wir haben dann uns jetzt die waffen dann gekauft halt wie wir das letzte mal nicht kaufen konnten deswegen sind wir jetzt ein bisschen stärker so als kurze erklärung dafür haben wir auf die verteidigungselemente verzichtet also wir haben schon die brustplatten gekauft und so auch den anderen kram wie wollen mütze und wolfsdingen bis klar und ich bitte dafür halte gewaffen und wie man sieht es geht deutlich besser und wir waren jetzt hier gerade auf der suche nach dem speicherpunkt und haben keinen entdeckt und jetzt habe ich einfach schnell auf aufnahme gedrückt weil es geht so viel ist verloren und so viel sagt das ist doch mir sagt er so dass das ist egal aber wir haben jetzt eine sackgasse entdeckt es hätte auch ein speicherpunkt sein wir haben das nämlich so wieder guck mal level so ich mache mich wie vorhin auch auf stärke gucken wir uns das wort ja schlecken wahrscheinlich hätten wir von anfang an von oben nach unten uns durcharbeiten müssen wir haben das schwerste biest von allen vorgeschnitten platt gemacht als allein ist es kann sein ja das wäre natürlich mega ja was uns auf jeden fall auch aufgefallen ist ist ganz klar die tür ist dass das tors noch unten oder wie war das mary das tor ist schon unten genau das tor bei beider bei altena das da steht immer noch dass das tor hat sich nicht geändert ja nicht noch nicht abgeändert genau also und es könnte man denken dass weil das tor ist schon unten naja ist halt zu spät und jetzt schon hochgezogen also machen die das morgen früh wieder auf aber tagsüber ist das war genauso zu also daher ist das ja immer zu und dann kann es ja nicht schon unten sein sondern es ist halt unten immer noch oder noch unten immer noch immer noch die haben es noch nicht aufgemacht und scheiße wir verrecken wie sauer wie sauer wie sauerbier habe ich schon erwähnt was ich hier gerade nebenbei als getränke genieße ja wir haben alle special ja das trinke ich jetzt gerade special special bote ja mit sauerbier geschmack naja cool hier waren wir auch vor uns sind jetzt immer ungefähr wieder fast an der stelle wo wir vor mann ja noch ein etwas auseinander und so jetzt gibt es die sind aus mama pote mama pote mama pote mama pote jetzt wird wieder in die hände jetzt wird wieder in die hände geölt hier steigt und das sozio brutale produkt das produkte man ich habe jetzt den schneemann ja jetzt nicht mehr dauernden klinge das ist doch so ein yugio monster sie zumindest verdammt aus wie so ein yugio monster mich veralbern oder ich tue nichts auf abwehr ich mache jetzt für ein fiese mega attacke gewalt hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen trüger hier spielen zieht auf meiner zwei das ist einfach jetzt weiter auf wir machen einfach wir haben jetzt festgestellt ist es zu hart wir nehmen einfach mal eine andere ja aber wir können trotzdem die waffen davon holen noch da kriegt man auch warten beim anderen glaubt noch das heben wir uns für zu schluss auf das haben wir jetzt gelernt und das haben wir jetzt mal von links nach rechts probieren und nicht von oben nach unten ja wir heben uns dieses spiel auf ja würde ich mal meinen weil ich weiß ich will nicht wissen wie einfach da aussieht weiß ich die items waren so toll ich hoffe dass wir müssen die speichern nein wer braucht schon speichern wer braucht das schon nein ne also ich sag jetzt mal ganz klar speichern ist für loser wir nehmen jetzt einmal ein anderes das klingt besser kann man das es war eins in der nähe von hier das sollen das wollen wir haben wir das ja schon ausprobiert ja ne schweinebaut wir haben das recht hat man das links hat man das ne fischer stadt paulo warum nicht was wollen wir denn da na na was sind oder falsch nein faktisch wieder den facken knicken der scheiße scheiße das ist doch hallo miete katze hallo miete katze oh ja lass mal den linken machen den linken haben wir nämlich noch nicht wir haben doch den linken haben wir haben den rechts rechts haben wir mal gemacht ja wir haben wir haben sind so den rechten probierten nein den hier haben wir schon probiert na genau so müssen den gehen es geht ja aus der stadt nur richtung westen raus also jetzt auf der karte nach rechts und da ist ja auch so der guter macht das jetzt gerade was ich wollte jetzt ja ich glaube auch nicht dass die hier die in die Prozent neue Waffen haben wir treiben ist klar dafür da wird jemand aber ja mal rein bei sie und ein bisschen dritten da will man nur ist die erste auf den der Kärle zum nein da ist zu fressen im Napf deines katzenklot verträgt sie möchte einfach dass mal jemand sie beachtet was soll ich machen wieso soll ich doch bringen ja weil du nicht drin warst was ist jetzt los übrigens haben wir festgestellt hier gibt es irgendwie lokale paketverlust probleme bei mir in der gegend so mindestens bei mir in der gegend und bei mary auch irgendwie wobei wir nicht so ganz einig ob das jetzt wirklich an der leitung liegt oder ob das in den nachbarn liegt die sich hier wieder hoch auflösende fortpflanzungsdokumentation angucken ich denke schon weil mein vater hat es gemerkt dass es ab heute morgen ohne so lange guckt dass die geschwindigkeit ständig runtergegangen eigentlich was mit krieger bis bei facebook da hat nicht alles aktualisiert bei mir heute mal also das da musste ich dann über wettbrose noch mal gehen dann ging das aber irgendwie über die app ging da gar nichts mehr sehr merkwürdig aber jetzt läuft es übelst flüssig bei mir ist ja es geht gerade bei mir ist übelst flüssig also so richtig geschmiert zum jetzt eigentlich auf dem richtigen weg zum wind kanal irgendwie schon ja da oben bei dem wind kanal ist jetzt nämlich ein neuer gang lang irgendwie kann wenn ich mich richtig auch andere mord auf papier sie sie zwar eine mord auf hier ja ich glaube da rein muss man auch ja genau ich höre sie an so viel und etwas kaufen ich hab jetzt ja mal lesen können was dort stein ist wo der gleiche text gewesen ja ist okay aber guck mal weißt du das sagt uns auch dass wir soweit waren weil da waren zwei hier ist nur einer kommt der andere ist nämlich ein charakter das jetzt würden wir gar nicht weiterkommen wir werden es ja sehen wir werden es erleben los jetzt mit dem flug flurig panzer danke 11 plus panzer läschis weste hast du übrigens ja jetzt habe ich zum westen ich habe also eine kann das jod kann das find kann das sowas wie jod bedeuten der jodhahn moran jodwest ja nein das problem ich habe ja vorhin direkt in geguckt und da ist nichts mit moran also das ding bringt dass dieses item gibt es nicht wo waren die save station wurde irgendwo nähern jetzt hat die katze die türe aufgemacht komplett aber ja das gibt es hier doch aliens play ich heiße jacqueline im englischen heißt nein wie denn ja miese katze da ist es jods da moran ich bin gewillt im chat zu schreiben also im ding zu schreiben so heißt es im englischen ja ist mir auch gerade gefallen was jetzt schon moran jetzt moran und das steht im englischen dort jetzt ist die frage im deutschen wurde das ja auch schon abgeändert aber bin ich ein dummer trottel also mal ich will doch gerade die waffe gekauft haben sie gleich wieder verkauft ich weiß ja genug ne ich weiß ja genug geld nicht immer raus wie du hättest verkaufen du kriegst jetzt keine waffe ja ist ja gut gibt es keine waffe ich hab gekauft werden muss ja schon los ich weiß schon gar nicht mehr wohin damit meine fresse aber wie kommt man aus jods da moran bitte jünger das andere kubel verkaufen wieso ich ja weil du am ganzen bist ich bin der bänsen hast du mich ausgerüstet nein jetzt bekam ich bestimmt dann auch wieder zu teuren quatsch natürlich habe ich ja nicht mehr du hast nur die beste uns gekauft haben wir müssen sparen und für waffen kannst du immer die waffe kaufen zum quatsch jetzt kommt mary kauft du die waffen los kauft die war verdient die endlösung kauf sie dir genau die kauft ihr die endlösung ja fakt ist auf jeden fall dieses jazuran ist total daneben jodan ist der meister joda jodan spät es heißt jazuran im englisch aber das ist doch total daneben ich siehst du da noch kurz das ist doch sowieso damit beschäftigt und für dich reichen die will du bist viel zu teuer für uns verlass die gruppe was bin ich viel zu teuer du bist immer der der uns beim kriechen die honigbällchen weg ist ja ich bin du teuer daraus ist das leben so es gibt wir können ja ein suppenlöffel kaufen mit 1600 kaufst du klar was anders also das kaufst mir das vorweil stunde jetzt schade das musst du dann schon spüren so ich habe ja keine ahnung mehr wo knöpfchen drücken scheiß die wandern drücke einen knopf ich drücke einen knopf drücke einen knopf ja auf dem controller ach so ja stimmt auf die kontrolle wurden kontrolle dritter schnell fertig machen bevor er uns alle schuldet so ritter sind irgendwie total brunnen brunnen ja sehr gut mit sie nein ach so und nicht das macht er sein roundhouse kick schuldungsstück tot was schon wieder tut was macht denn ihr wir sterben hier hast du denn nur die wilde ich meine die mag ich kippel heimann die kippel ist zu schwach zum heißt die will ich die will ich spüren hast du schwach und nein sie will ich spüren sie waren auch schlägern so weißt du sollst am ausschlecken was den lassen weil die karte hier brauchen auf und den kopf zu die karte die karte am ausschlecken die karte am ausschlecken dein maut ziehen so heil ist das ist jetzt selber geheilt statt dich guck mal ja klar ja das ist geil ne speichern war doch bestimmt hier oder wo doch nicht ja hier unten rum speichern ist immer unten rum und dann one up one up one up one up ein uhr ein uhr ein uhr knall so gibt es jetzt nur mit oder bleibst du da und level 30 ritter leck mir am arsch kabel ja ich kann immer du hab mich aus dem bild raus du kommst und lauf einfach nach links das problem ist sobald das bild ist kann ich hier so gut ich stehe ja noch du bist nur tut bin ich denn wobei heil dich nein du musst pick retten ja soll ich mich jetzt heilen oder pick pick retten pick ist nämlich gleich voll mit energie machen wir ja darf nämlich sofort voll dann ich kann das nicht drücken oh shit dann rennen dann rennen um dein leben oder heil dich heil dich heil dich genau jetzt kommt ins bild deswegen kann ich auch pick nicht retten weil du also so weil pick nicht im bild war wo ist ein pick das pick pick liegt am boden und ist kaputt das käme erst mal runter ins kebel ja und so den man zu zeigen ja und hat ja noch gucken so kämpfen hast du gesehen auf jeden fall voll groß schocki 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 leck mir mal schneiden oder weißen bin ich jetzt auch entweder von ja also wir sind hier glaube ich fehl fehlern ja bedauern tja die schule das ist doch wo es macht die ritter wer geht denn jetzt das menü da ist doch oh nein was ich mach mir jetzt hat er sich da oben gedreht ja 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 da hat sie gedreht kommen wir noch mal zurück los jetzt schnell auf den ritter er gibt nämlich level erst level 30 alter und ich bin klein ich bin klein ich bin klein nein was habt ihr mit mir gemacht er hat ja eine blöde gegeben und du sollst dann kein essen von fremden leuten annehmen ich bin klein ich bin klein und das ist eine höhe nach oben da ist also sympathik aus wo es mal hochgehen das bestätigt sich bei der station aber auch nicht warum haben auf dem speichern station war glaube ich bei dem anderen jetzt nämlich weiter wahrscheinlich online auf den ritter tinglinge linke will ja wenigstens auf start mache ich niemals eine abgefuckte klinge mann super hier bin ich mitmachen los heil mary jetzt bin ich tot heilt nicht danke was ein fuck ab habe ich doch mal hier wird alles gerettet warum bin ich jetzt ich bin jetzt noch mal jetzt wieder und jetzt kannst du ich kann nichts machen doch jetzt kann ich mir jetzt bin ich gut ist alles mary ich kann mich nicht bewegen ich wollte ich habe ich doch mal das hast du für uns gemacht damit so geklappt hat wo sind jetzt hier los kannst du jetzt wieder laufen jetzt ich kann nichts machen jemand einmal jetzt aus diesem bild vielleicht geht es dann noch mal ich bin ich nicht schweiler eins der korrekter wenn ich auf stadt drücke dann kann ich nichts mehr machen mary lauf jetzt mal ich kann nichts machen ich kann laufen ich kann laufen ich drücke auch mal start so jetzt sagen jetzt bin ich jetzt bin ich jetzt bin ich külbel ich glaube einer ist rausgeflogen ja einer ist rausgeflogen ok weiter geht's wir haben alle gerettet geht weiter ich war doch irgendwo ein speicherpunkt oder irgendwo ne ich weiß wo unten rechts dann geht man es liegt am internet heute das ist online er kann den ihr könnt doch aus nein wenn ich weil du den blog ist ich glaube wir lassen es gehört könnte das vielleicht auch ein bug von der übersetzung sein was nein nein ich glaube ich nicht das war vorher auch gleich so schlecht nein das sind synchronisationsfehler da die synchronisation verfehlt geht nicht mehr